Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Heartgottners Lock Challenge. Wir sind gerade bei den Top 4 und versuchen uns jetzt hier. Oh yeah. Wir sind bei Puno, heißt der. Und mal gucken, was unser lieber Herr Puno so drauf hat. Warte, ich überlege noch gerade. Charlie ist, glaube ich, keine gute Idee hier. Charlie ist zwar auch vom Hawaii. Charlie ist auch ein Sfett-Hit-Flug. Das könnte man noch verzeihen. Aber ich gehe lieber auf Nummer Sicher und schicke hier mal Cynthia nach vorne. Okay, alles klar. Gut. Ich weiß nur, dass er ein verdammt fieses Knock-Jone hat, welches Ace-Heap, Donnerschlag, Feuerschlag und Patronen-Heap beherrscht. Und das ist ziemlich kacke. Okay. Ich bin Bruno, einer von den Top 4. Ich glaube fest an das Präsenzial meines Teams und trainiere Tag ein Tag aus. Bis ich kurz vor dem Umfallen stehe. Denkst du etwa immer noch, du könntest einen Sieg gegen mich erringen? Du scheinst dir sehr an deiner Sache sicher zu sein. Ja, schön. Du bist ein würdiger Gegner für mich. Los geht's. Du sollst meine Grenzen um so Macht spüren, Jummi. Ich habe ein bisschen Angst, habe ich jetzt schon. Gut. Wie gesagt, besonders Angst habe ich vor seinem fiesen Knock-Jone. Nashes, ja. Fieses. Gut, ähm, das kriege ich soweit noch hin, glaube ich. Nehmen wir einfach mal eine Psychokinese. Das durfte sich dann relativ schnell, ähm, selber lösen. Äh, oder auch nicht. Ja, Feuerschlag natürlich, weil ich habe da keinen physischen Angriff gemacht. Oh, das war natürlich... Oh, das ist ja fies. Oh, das ist ja fies. Aber lieber jetzt als später. Weil gegen Capoeira, das ist ja noch okay. Okay. Dann machen wir jetzt einfach nochmal Surfer. Ach, das ist ja... Das ist ja ein bisschen... Das ist ja ein bisschen gemein hier, ne? Okay, okay. Dann müssen wir jetzt durch. Ja, mach Schaufler. Oh nein, du hast Schaufler eingesetzt. Oh mein Gott, du hast doch nicht den Schaden gemacht. Und so tschüss. Okay. Gut. Ähm, wirklich dazu? Oh, Bill, das ist ja schon Nocturne kommen. Ah, da ist es. Da ist es. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Ja, wechseln. Oh, ich glaube, ich will schon chill auf mich weiter. Gut. Nehmen wir jetzt einfach mal... Ich weiß nicht. Ich nehme einfach mal Freckle bei. Freckle soll auch mal was tun. Jumps Freckle. Just do it. Nocturne wird von 24 Bruno in den Kampf geschickt. Da bin ich mal gespannt. Check, 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 check. So, ähm, wir machen jetzt einfach mal Adverkometer. Ich versuche, die Sache so schnell wie möglich zu beenden. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hoffe es einfach. Scheiße, es reicht nicht. Ich würde sagen, Griff sinkt stark. Scheiße, der kann ja auch Eissieb. Das habe ich gerade völlig nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Boah, bin ich dumm. Es ist manchmal so unglaublich, wie dumm ich bin. Leo, bitte. Boah, bin ich dumm. Ich habe gerade irgendwie Eissieb mit Wasser gleichgesetzt. Versteht ihr, was ich meine? Boah, manchmal habe ich mehr Glück als Verstand. Leo erstarrt so alles. Was geht da schon mal super los hier? Oder weiter, eher gesagt. Ich nehme mal einfach einen süßen, kleinen, knackigen Eishailer. Der dürfte reichen. Wui. Wow. Feuerschlag. Wo kommt er denn jetzt auf so etwas? Na gut. Und jetzt einfach mal Nadeumstoß. Keine Ahnung. Ich vermute mal, dass als nächstes dann Onyx kommen wird. Weil ich schon so einen Netto-Pogamon drin habe. Das ist einfach mal so meine Vermutung. Ganz so ein bisschen KI jetzt auch nicht, genau. Und dann wechsel ich mal zur Flubber-Burm. Dass sie auch mal ihren neissen Auftritt hat. Den hat sie sich verdient. Okay. Ich bin froh, dass wir noch die Scheibe kommen. Muss ganz ehrlich sein. Ich habe wirklich Angst. Okay, gut. Ich denke mal, da reichen normale Laubklinge, oder? Ich meine, Vierfachschwäche, Plus Step. Das dürfte sich relativ schnell erledigt haben, die Sache hier. Und auch den Level-Unterschied dazu. Also Onyx. Ja, das war es dann. Puh. Okay, und jetzt ein Kikli. Kikik, kik, 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 kik. Hm. Ja, wechsle ich. Ähm. Ja, Nummer sind ja. Hm. Mal gucken. Puh. So, und dann jetzt. Oh, ein Energiefokus ist pumpzig auf. Mal gucken, wie das aussieht. Ja. Schön. Und ein Macho Mai noch. Macho Mai. Okay, das wird das Letzte sein von ihm. Ja, das ist das Letzte. Und dann haben wir dann auch Bruno heilig überstanden bisher. Gut. Dann haben wir dann die Ge... Oh Gottchen, es kommt hier sowas. Ja, bitte auf damit. Ja. So, genüge. Jetzt kommen dann die nächsten beiden Trainers, die dann die von denen ich am meisten Angst habe, wenn ich ehrlich bin. Dann müssen wir mal gucken. Ach, du Kacke. Ach, jetzt halt er sich auch noch hoch. Hm. Ist ja nett. Jetzt halt es jetzt standhaft sein. Ja, dann sei mal standhaft. Und haltet jetzt auf der Schokinese stand. Ja, mach mal ein lustigen kleinen Kreuz. Ne, wie dir, wenn die nicht viel bringen. Denn jetzt kommt die Schokinese. Und du musst das hier noch weg sein. Okay. Ach, schön. Was? Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Ich weiß auch nicht. Ja, was hast du einfach getan? Ich habe verloren, damit er auch kein Recht weiter mit dir zu sprechen. Was? Geh nur weiter und den nächsten Raum. Wieso da... Was? Bist du blöd? Ja, ich habe verloren, darfst du schon mal mit dir reden. Das ist schon einfach nur eifersisch. Einfach nur mingelig. So, das ist, ähm, Melanie. Und sie hat Unlisch-Pokémon, weil ich weiß, oder war es ein Geist-Pokémon? Ich weiß, irgendwie sowas. Ähm. Gut, jetzt muss ich jetzt mal schön wieder durchheilen. Ähm. Von ihr habe ich sehr viel Respekt. Ich glaube, sie hat relativ gute Pokémon auch. Und das könnte teilweise richtig heftig und... auch ein ganz klein wenig hässlich werden. Ähm. Ich bin mir sicher, wie ich jetzt sie überstehen werde mit ihr, ne? Ich weiß nicht so ganz. Okay. Gut. Ähm. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, mit wem ich anfange, ne? Hm. Einfach mal... ...den Leo an die Spitze und hoffe aufs Beste. Okay, das wird jetzt der zweithalteste Kampf. Und... Auf in den Ring. Ich bin Melanie von den Top 4. Und du musst Jumé sein. Hm. Du machst einen aufgeweckten Eindruck. Ich liebe Pokémon des Types Unlicht. Okay, ich bin Unlicht. Ihr schmutziger, ungeschöner Kampfstil hat es mir einfach angetan. Wenn sie... Sind sie nicht schrecklich schön? Ob du wohl mit mir mithalten kannst? Gib dir ordentlich Mühe. Ich will einen unterhaltsamen Kampf sehen. Also, auf geht's. Okay. Ich kann aber eh nicht einschätzen, wie alt sie ist. Irgendwie... Wir sind echt gekleidet und so. Und noch ziemlich jung. Aber ich glaube, sie ist älter, als man denkt. Okay, nach Taha. Alles klar. Hm. Dann machen wir mal die Ampel leuchten. Und hoffen auf... ...gut Glück. Ich hab keine Ahnung. Ah, das ist... ...zumisch schlecht, eigentlich. Oh Gott. Äh. Ich hab irgendwie gehofft, dass es mehr Schaden machen würde. Und jetzt macht's bestimmt entweder nochmal Doppelteam oder verwirrt mich. Oder macht irgendeinen anderen fiesen Trick. Gegenstoß. Ich weiß nicht, was Gegenstoß ist. Ich hab Angst. Oh. Oh. Scheiße. Ich mach einfach mal... Nee, das ist halt... Macht mich schmilzt und Frank, ne. Ganz voll so klar. Ach, ist das hässlich. Ach, ist das hässlich. Okay, dann tut und du ist das mal gleich und nehmen wir mal einen Para-Heiler für Leo, weil die Paralyse gelehrt hat, ist schon alleine weg und das ist, glaube ich, möglich. Ich habe gehofft, dass er schnell Nachthara bis Sigurd rauswechseln kann, aber diese Illusion darf ich mir gar nicht erst machen. Das Problem ist, wenn man unschwer erkennt, die Fliefe von Nachthara steigt einfach weiter. Ja, dann probieren wir mal Ladungssch- Oh, shit. Das macht so viel Schaden. Guck wie viel Ladungsstoß und Damage macht. Vielleicht fällt es euch da drauf. Ah ne, das kannst du vergessen. Okay, Ampelleuchte macht mehr Schaden. Gut, ähm, dann würde ich jetzt mal wieder mit Ampelleuchte probieren und vielleicht machen wir schon einen guten Treffer. Mal gucken. Ah, das war auch wirklich Scheiße. Das ist aber auch zu fies. Ich weiß nicht, was ich jetzt auch nicht so genau machen soll. Okay, jetzt muss ich definitiv einen Trank einsetzen. Ich würde sagen, ja, schon zehn weg, aber ich habe ja schon, das ist ja die letzte von den vier. Da geht es ja wieder. Okay. Oh Mann, das ist ein echt fieses Team. Das ist jetzt doof, dass ich jetzt schon beim ersten nicht weiterkomme. Ich habe halt eben, glaube ich, nichts großartiges, was gut wie grundig ist. Vielleicht noch, ähm, Drago. Der hätte vielleicht auch an die Spitze stellen können. Ja, hm. Naja, jetzt habe ich es halt nicht getan. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Boah, ist das ätzend. Boah, ist das ätzend. Boah, ist das ätzend. Boah, wie ich das hasse. Oh. Boah. Sorry, aber das ist... Okay. Oh, bitte nicht schon wieder. Das gibt's nicht. Das ist echt ätzend an der Stelle, wenn das ein Synchro hat. Okay, ich mache mal... Oh. Ah, das ist alles genug damage. Ja, sehr gut. Ich wollte auch, dass wir alle AP jetzt sparen. Man weiß nie, was noch kommt. Gut. Das setzt Fundemon ein. Ach. Ach. Was ist das? Ach, du wundern... Ah, du wundern... Ohh. Wisst du Bescheid, ne? Mach nochmal Freckle? Komm, wir machen mal Freckle, oder? Freckle darf auch mal. Mmmh. So, bis halt eben... auch, dass mein Team noch nicht voll entwickelt ist. Zwei meiner Pokémon sind auch noch auf der... zweiten Stufe... oder ersten Stufe erst. Okay. Probieren wir das. Tragometeor. Ich bin gespannt, wie viel Damage das macht. Oh, Hunde und man hat ein ganz schön hohes Level. Oh, oh. Okay. Das ist gut. Aber auch nicht... ...fränklich, schmiert. Spezialangriff steigt stark. Boah, was hast du vor, du dumme Sau. Shit. Boah, wie viel Schaden macht das? Hör auf! Boah! Alter Verwalter. Ich glaube, Hundemon wird richtig hässlich. Schmeckst du mal auf Trago? Boah, ich hätte gerade fast Freckle verloren, Leute. Boah! Ich habe jetzt schon... Warum macht der jetzt Flammenwurf? Das wäre nicht mehr effektiv gewesen gegen Freckle. So blöd. Was? Was ist denn mit dem kaputt? Was ist denn mit dem kaputt? Was ist denn mit dem kaputt? Oh, fuck. Oh, fuck. Spezialangriff. Und zwei Stufen erhöht, ne, Leute? Boah, aber ist irgendwas, was... Oh Gott, ich kann eigentlich gar nichts. Das will ich jetzt mal nachdenken. Oh, der macht mich fertig. Ist diese Waffen schwer durch? Ich glaube, ich muss noch mal schmerzen. Es sind hier keine Schneem. Aber es sind ja... Mach da einmal Pfingsteraucher und das war's, ne? Boah, der zuhaut mich jetzt. Leute, der zuhaut mich jetzt. So prall. Scheiße. Scheiße. Ich hab jetzt nichts, was ihm wirklich standhält. Ich muss hoffen, dass er jetzt einschläft. Und Cynthia Lawine auf ihn machen kann. Oh, bitte schlaf ein. Oh, bitte schlaf ein. Oh, bitte schlaf ein. Oh, Lawine. Scheiße. Jetzt schläft er ein. Ja, fick dich. Ganz ehrlich. Boah, ist das heftig. Und somit sind jetzt meine beiden Konter gestorben gegen Siegfried. Meine beiden Konter sind gestorben. Die eine Eisattacke hatten. Ich weiß nicht, bitte... Ich weiß, ich hab keinen blassen Schimmer. Wenn ich das hier schaffe, ja? Wenn ich das hier noch schaffe, weiß ich nicht, wie ich Siegfried besiegen würde. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts effektiver setzt mehr gegen Siegfried. Wie gesagt, selbst wenn ich das jetzt schaffe, Hundemund hat sie jetzt alle zu Matsch gehauen. Also, ich sehe die Challenge jetzt eigentlich schon als verloren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber ich darf erst mal... Ich muss erst mal an diesen Kampf hier denken. Boah, was kann ich jetzt machen? Anbeleuchten? Ich weiß gerade gar nicht, wie das reagiert. Boah, ich glaube nicht. Dann bringt sie. Ich glaube, ich... Paralisiere ihn erst mal besser. Charlie verloren. Ich weiß nicht, wie das ist, wie das ist. Oh, Gott sei Dank. Boah, ich dachte, das ist schon entscheidend übertrieben mit dem Training. Ich dachte so... Wo machst du das eigentlich? Total übertrieben. Kann ich freckle? Das wäre jetzt eine dumme Idee, oder? Das ist gar falsch. Ich muss jetzt freckle, glaube ich, mal machen. Ich muss mal gucken. Boah, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade total überfragt. Boah. Okay, ich muss erst mal diesen Kampf hier schaffen. Wenn ich diesen Kampf hier geschafft habe, muss ich an den nächsten denken. Ich bin ein bisschen verloren, Mann. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Wow, wow, wow. Spezialverteidigung, siegt. Okay. Shit. Oh, wie mies. Okay, ich hoffe, es geht von alleine weg. Oh. Ah. Okay. Ich habe jetzt hier ihre Spielerei. Ich bin jetzt nicht sehr ernst, wenn ich ehrlich bin. Okay. Jetzt noch einfach ein Stoß. Und danach eventuell halt ein Hippertragen. Das wäre aber gar nicht mehr so dumm. Das hat doch ziemlich viel Schaden. Okay, gut. Okay, jetzt wird es auch mal gewirkt. Okay. Ähm. Oh Gott. Nein, 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 nein. Braucht es schon mal einen Kolfen. Braucht einen Stoß. Gut. Ähm. Ja, okay. Ich bin sofort das Wunsch, die man besiegt kann. Johnny hat wirklich, wirklich, wirklich was sehr Gutes geleistet. Wechsel. Leo. Sein Sein letzter Move hat uns alle gerettet. Der Gena hat's gemacht. Ich muss eigentlich gerade so rotkacken. Ich bin gerade so zerstört. Oh Gott. Ach, danke. Gut. Damit haben wir Melanie geschafft. Guck, hier besiegt Melanie. Das gefällt mir an einem Trainer. Mhm. Ob ein Pokémon stark ist oder ob ein Pokémon schwach ist. Die halbe Welt meint, diese Frage einfach so beantworten zu können. Aber ein wirklich starker Trainer erkennt man daran, dass er mit reiner Willenskraft jedes Pokémon seiner Wahl zum Sieg führen kann. Du gefällst mir. Du hast etwas ganz Besonderes, Essentielles verstanden. Schreite nun bitte weiter. Der Champ wartet auf dich. Schmerzen. Okay, Leute. Aber dieses Tor betreten wir erst in der nächsten Folge. Gut, Leute. Das sieht echt bitter aus. Ich weiß wirklich beim besten, besten, besten Willen nicht, wie wir Siegfried noch besiegen sollen. Das sieht echt böse aus. Es kann sein, dass die Challenge scheitert. Es kann nicht nur sein. Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich der Fall, dass sie scheitern wird. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Wenn es wieder heißt, ihr meint, jetzt fehlt Pokémon HeartGard Nassau Challenge. Bye.